Servus Leute, willkommen zurück zu AllemLine Let's Play, ein neues, ein neues Game, was wir in der Gegend halt auch gespielt haben, wir hauen da jetzt alle diese Scheiße raus, es ist legendär, es ist Fischer 3, Fischer 3, oh mein Gott, ja, ey, ha, lass mir mal das Intro laufen hier, on a sunny day, was geht ab, alter, noch so ein 2D-Shit, ihr seht schon, es ist aber nach meiner Meinung noch geiler als Gunner 3, ja, eigentlich echt schon, alter, A high where a hair was paying Fischer the wizard, a very short wizard, oder, oder ab, who is there, I'm busy, ein Pussy, what the fu, oh, der wollte what the fuck sagen, alter, krass, das ist ja noch, das ist ja noch krass, das ist ja noch krass, als ich dachte, ein letter, for me, bla bla bla, oh crap, dear Fischer, was, Fischer mit V, Wow, There is only one person who can help me now. Was is that too? He said too. Stop them. You have too. Was hat er denn zu tun, dafür? Ping. Find the heart of gold. Alles klar. Mastardry, Dr. Dre oder was? Nein, Spaß, das ist Mastardry. Und so ein Fisch hat angefangen, ein Suche für ein Herz von Gold. Suche für ein Herz von Gold, ja. Ja, genau, mal rennt man dann im Fischkopf rum mit einer Knarre. Sieht man nicht alle Tage, aber hier sieht man's. So, dann fangen wir auch gleich mal an, ne? Der verreckt schon. Wir reasen das mal. Ich weiß nicht, warum da ein Spielstand war. Wir haben das vor Ewigkeiten, glaube ich, mal auch Spaß mal wieder gespielt. Aber wir fangen natürlich von neu an. Ja, wer will anfangen? Äh, mein Ding, darfst du anfangen. Okay, schon wieder ich, ich merke so mein Kacken. Also dann, der Green Hills. Okay, ich strenge mich an. Hier strenge ich mich an, das ist Fischheld. Also, muss dich jetzt anstrengen. Die Tasten sind dieselben. Aber vergiss nicht, hier hast du keine unendliche Munition. Oh, ich hab schon einen Schuss verballert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie Spaß ist die... Schie, auf zu schießen, du brauchst den Schuld. Ja, der, ich muss jetzt... So springen, okay. Alles klar. Ja, ja. Ach, du, eine Mine. Ey, vasst doch mal los! Los, 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 los. , los, 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 los. Let's just son, los. Jetzt geht es mal gechillter an, hier. Ja, ja. Oh, ja. Wie muss man das denn... Wir explodieren die... Wenn du da gegen die springst... Nein, geh lieber runter. So, den grünen Schlüssel haben wir. Jetzt gehst du da durch und schießt ihn sofort ab. Yeah. So. Yeah. Okay. Den grünen Schlüssel brauchen wir noch. Ah, du Hurenzimmer. Alter, so ein Sack. Yeah. Der grüne Schlüssel. Jetzt können wir durch die Tür. Axis. Axis. Oh, yeah. Drei Minen. Ja, das ist doch kein Problem. Blauer Schlüssel. Ja, ein blauer Schlüssel. So, es geht ja voran hier. So. Ihr seht schon ein sehr cooles Spiel ohne Witz. Das macht wirklich Spaß. Das wird einfach nicht alt. Äh, da kommst du noch nicht rüber. Ja, ich... Wir müssen erst mal hoch. Genau. Den Schalter bezieht. Nach unten drücken, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ich weiß bis heute nicht, warum hier Münzen... Ah, la, was war das? Das geht runter. Ich hab' vergessen. Ich sag' so, soll ich mal versuchen. Was ist das Level noch? Komm, Allah! Ja, ja, ja. Das wird auch wieder ein Selbstwertiges, aber das wird länger als Gunner 3. Das kann ich jetzt schon versprechen. Was ist das denn? Das hat ein bisschen mehr Level. Mein Gott, ey. Hm, das muss ich aber auch nicht mehr genau. Ja. Ja. Exist. Nein. Das war jetzt mal ganz schnell hier. Oh, ja. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Das schreie ich auch, wenn ich erschossen werde. Ja, oh, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Jetzt muss ich warten. Jetzt musst du warten. Warte. Ich warte. Wie schnell es runter geht, das ist voll gemein. Jetzt springen. Ja. Ach du, da ist nochmal dasselbe. Eigentlich ganz einfach. Man weiß, wie es geht. So. Jetzt kannst du das Level beenden. Ja. Ja. Ich hab' es geschafft. Ich hab' ein Level geschafft. Wuh! Digga, das ist kein Gunner 3, weil das zählt nicht mehr. Wuh! Fischett! Fischett, okay. Ja, Mann! Oh, oh, yeah. Jetzt bin ich am Start. Fick dich. Was ist das für ein Level? Yeah. Munition. Munition hier. Fick dich. Das ist mir abgeschossen, du Arsch. Oh, wow. Leider, wir haben jetzt null Leben. Das ist scheiße. Das macht nix. Das kriegt nur hin. Kriegen wir ein Video oder Leben? Oder? Ich weiß nicht. Äh, nein, da kommt man nur nicht rüber. Ich mein', wenn man ein Level geschafft hat, speichert das, glaub' ich, sowieso automatisch. Oh. Ich weiß nicht, wie das mit dem Speicher näher ging. Au, au, yeah. Komm, scheiße. Wo krieg' ich den blauen Schlüssel her? Ach ja. Ich hab' ja grad einen Hebel betätigt. Da oben hat sich jetzt, glaub' ich, was getan. Das hat es auch sehr gut. Oh mein Gott. Ah! Alle, das ist ja voll beschissen. Aber ich glaub' wir haben, ich glaub' wir haben trotzdem... Ja, perfekt, danke. Okay, man speichert wirklich, wenn man das Level geschafft hat, das ist schon mal gut. Das ist perfekt. Da muss man da drauf schon mal nicht mehr achten. So, okay, das ist eine richtig uncoole Stelle, die werde ich jetzt hoffentlich meistern. Ich glaub' da waren wir früher auch sehr lang. Ja, Alter, weil diese Drecksmine, Alter. Du weißt nicht, wie du da springen sollst, ey. Das ist richtig beschissen. Ah, dieses Spiel, ey. Ich frag' mich erst recht aufs Auto fahren. Was? Aufs Auto fahren. Oh mein Gott, nein. Ah, ja, ja, also Leute, das wird ein längeres Let's Play voller Schwachsinn und... Voller Schwachsinn. ... und Ausrastungen, ey. Ich sag's euch mal, raste wirklich bei dem Game aus. Oh, so ne Witz. Oh, Alter, ist das ein... Allein schon hier, ey. Das ist... Alter. Uah! 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 Alter! Ist das krass. Jetzt aber. Jetzt aber, ne? Ich muss das sagen. Äh, sah! Mich verarschst du nicht. Ich bin Fisch-Edge. Ich bin Fisch-Edge. Ich bin der einzigste Fisch, der außerhalb des Wassers leben kann. Er ist nämlich Fisch-Edge. Ich bin der legendäre Fisch. So, aber ich hab' gesagt... Oh, ne, da geht noch was. Das ist Level 3. Da ist Moody dran. Okay. Oh, yeah. Oh, ja, das ist das Level. Oh, nein. Oh mein Gott, ja. Das war... Das wär' auch zu cool gewesen, dass es beim ersten Versuch geklappt hat. Aber, ja. Man muss erst die Skills finden, weil ich so... Was? Ach, kommt schon, Leute! Harte Action. Oh. Oh! Oh. 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 Das schaff' ich immer. Ja. Aber rück... Zurück ist es irgendwie... Komm mal! Er ist immer dieselbe Miete. Das ist witzig. Oha, la. Egal, das coole ist, geht zwar game over, aber man kommt wieder zum selben Level. Ey man, ne. Und weiter gehts, weiter gehts. Nur nicht aufgehen. Was ist das für eine behinderte Stelle? Oh, man braucht hier Geduld, man braucht Geduld. Soll ich's versuchen? Ja, mach du mal. Ist doch behindert. Oh, Mann, 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 Mann. Mal kracken. Ich bin doch genauso gut in dem Scheiß. Oh. Oh. Oh mein Gott. Ja. 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 Total cool. Das ist doch richtig geil. Das ist richtig befriedigend. Total. Es erregt dich. Alter, so ein Scheiß. Guck, es erregt dich, oder? Ja, total. Total erregt, oder? Hör mal auf zum Scheiß. Echt eklig, ey. 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 Echt eklig. Ja, stimmt. Die hätte erregt, wenn sie von der Miene getroffen wird. Echt eklig, ey. Nein, Mann! Was ist das? Du schaffst es ja irgendwann. Ich glaub an dich. Oh mein Gott, ey. Ein Fischkopf, der zu blöd ist, über Mienen zu springen. Mach du das mal. Das ist so easy. Okay, einspast. Eigentlich ist es immer... Du brauchst nur die richtige Sprungtechnik, wenn die Münze schon da ist. Ich weiß nicht, wozu die Münzen gut sind. Ich hab das noch nie verstanden. Jetzt schaffst du es. Ohhhh. Jawoll. Hade Action, krass. Das schaffst du. Ja, mach du weiter. Aber kack jetzt nicht. Jetzt, wo ich diese perfekte Vorlage geben hab. Acht, da oben kommt der neue Gegner, bin ich mir sicher. Ich hab schon gesehen. Das hat man auch gesehen. Aller, der kann ja schießen. Ja, Logo kann der schießen. Der politisch medicaat. Der braucht drei Schlüssel, ne? Nicht vergessen. Was ist da oben? Blaue Schlüssel. Das hätte ich nicht gemacht. Die Münzen bringen eh nix. Jetzt darfst du das noch mal machen. Ich schaff das jetzt. Ich schaff das jetzt. Pass auf. Alles ganz. Ja, 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 ja. Warte, einmal noch. Okay. Dann lassen wir uns auch leider den Part beenden. Oh, der war knapp. Der war echt knapp. Oh, sehr gut, okay. Dann lass den einfach reden. So, Achtung. Mhm. 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 Lass die Münzen einfach mit. Ja. So. Du musst noch was erledigen. Genau. Jetzt muss er nach unten. Oh. Oh. Das ist halt auch wieder so witzig. Dass ein Fisch im Wasser stirbt. Das ist auch wieder so ne Sache, über die ich grad nachdenken musste. recht witzig. Aber gut. Ja, geschafft. Okay. Das war der erste Part. Let's play Fischer 3. Wir hoffen es gefällt euch. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. So. So. So.